Wir stehen hier vor einem Kajak. Das ist eines der wichtigsten Symbole der Eskimo- oder Inuit-Kultur. Das Kajak, was wir hier sehen, stammt aus den 1930er Jahren, ist also relativ neu im Vergleich zu den anderen Sammlungen, die wir haben. Es stammt aus einer Grönland-Expedition, die damals durchgeführt wurde. Und weil es so neu ist, ist es auch relativ intakt. Das älteste Kanu, was sich hier in Deutschland befindet, ist so ungefähr 500 Jahre alt, befindet sich im Museum in München. Denn schon in sehr früher Zeit sind von Grönland Eskimo nach Europa gekommen, die offensichtlich durch Stürme abgetrieben worden sind. Und solch ein Kajak muss da sein. Genaue Herkunft kennt man nicht, aber das waren mit die frühesten Kulturen außereuropäischer Völker, die in Europa, vor allem natürlich in Nordeuropa, bekannt waren. Und wegen dieser Fremdartigkeit dieser Kultur hat man diese Dinge auch aufbewahrt. Wir haben andere Kanus in unserer Sammlung, die sind etwas älter, aber leider nicht mehr ganz so intakt. Kanus bestehen aus einem Rahmengestell, aus Holz. Das Holz ist in der Regel Treibholz, das dann entsprechend bearbeitet wird. Und Kanus werden dann mit Haut, meist von Seehunden, bespannt. Das ist also eine Spannung, die das Leder, ich sage jetzt mal, unter Stress setzt. Und deshalb sind natürlich Kanus, die sich längere Zeit in einem Museum befinden. Da trocknet das Leder aus, es reißt und so weiter. Und deshalb sind intakte Kanus relativ selten. Selten ist auch, dass eine vollständige Ausrüstung vorhanden ist. Meist sind diese Dinge einzeln in Sammlungen gekommen. Aber hier haben wir dieses Ding mal zusammen. Ich fange mal vorne an. Da ist zunächst ein Kanustuhl zu sehen. Der dient dazu, die aufgewickelte Leine zu halten. Diese Leine hat eine Harpunenspitze. Die Spitze wird dann auf die eigentliche Harpune, also den Speer mit Vorschaft, draufgesteckt. Und wenn der Jäger ein Tier getroffen hat, ein Seehund beispielsweise, bleibt die Harpunenspitze in dem Tier stecken. Die Leine rollt sich ab. Und hinter dem Einstiegsloch sehen wir einen Luftbalg. Das ist ein Seehundbalg, der abgedichtet ist, mit Luft gefüllt. Das ist also die Schwimmblase. Die Leine ist mit dieser Schwimmblase verbunden. Das heißt also, das Tier kann nicht abtauchen, sondern wird festgehalten. Der Jäger kann das Tier an der Leine an den Bootsrand heranziehen und mit dem dann an Land paddeln. Zum Paddeln wird das Doppelpaddel verwendet, das wir hier sehen. Das ist aus Holz gefertigt und hat vorne eine Knochenverstärkung, damit das Holz nicht so leicht splittert oder sonst wie kaputt geht. Was auch sehr wichtig ist hinter mir, ist der Kajakgürtel. Den Gürtel legt sich der Jäger um die Hüften. So ähnlich wie beim Motorrad gibt es ja auch den Nierengürtel. Wichtig ist, dass der am Einstiegsloch fest verschnürt wird, sodass also der Kajakrand und der Jäger, der darin sitzt, eine wasserdichte Einheit bilden. Dadurch kann eben kein Wasser ins Boot laufen und das muss dann so dicht sein, dass selbst im Falle des Kenterns da kein Wasser eintritt, sonst wäre der Jäger rettungslos verloren. Interessant sind auch so ein paar Erfindungen. Da habe ich ja schon darüber berichtet. Eskimo haben alles Mögliche, Nützliche erfunden. Und was wir hier sehen, ist ein paar Handschuhe mit Doppeldaumen. Das sind also Fäustlinge, die aber auf beiden Seiten einen Daumen haben. Und ich habe mich lange Zeit gefragt, wozu ist das gut? Ist mir mal eine Kollegin, die wirklich Eskimo-Spezialistin ist, das erklärt hat. Das ist eigentlich relativ simpel. Wenn der Jäger unterwegs ist auf See und paddelt, dann gibt es meist Spritzwasser. Das heißt, das Paddel wird nass und glitschig und damit auch die Oberfläche der Handschuhe, mit der er das Paddel hält. Und die Rückseite ist dann relativ trocken. Das heißt, wenn es zu glitschig wird, nimmt er die Handschuhe, muss sie gar nicht ausziehen, zieht sie einfach ein Stück hoch, dreht sie rum. Die trockene Seite ist vorne, die nasse hinten. Und dann kann er weiter paddeln, ohne dass ihm das Paddel aus der Hand glitscht. Und dann trocknet die andere Seite wieder und dann kann er sie wieder rumdrehen. Das ist also das Geheimnis der Fausthandschuhe mit Doppeldaumen. Hinten haben wir einige Harpunenmodelle, was da noch auf dem Boden liegt, ist eine Speerschleuder. Das ist auch ein wichtiges Gerät. Da kann man die Bewegung des Unterarms verlängern, sodass eben in der Harpune, die geworfen wird, mehr Schwung und damit auch mehr Kraft drin ist, sodass man die Harpune weiter werfen kann. Es gibt immer noch Jäger, die auf die traditionelle Art und Weise auf Jagd gehen. Und da wird ein Kanu, nicht ein Kanu, ein Kajak benötigt dazu. Klar, es gibt heute noch Kajakhersteller und die damit aufs offene Wasser fahren und Seesäuger jagen, Seehunde und so weiter. Natürlich können nicht alle Bewohner der Arktis heute noch in der traditionellen Lebensform leben, wie das vor 100 Jahren der Fall war. Aber die Zivilisation, um das mal so zu nennen, hat relativ spät erst Einzug in die Arktis gehalten, so ab den 1930er, 40er Jahren etwa. Vor allem in Alaska hängt es auch zusammen mit dem Zweiten Weltkrieg. Denn während des Krieges haben die Amerikaner zum ersten Mal entdeckt, dass dieses Riesenland Alaska, das sie da gekauft haben, 1867 von den Russen, dass das ja vielleicht sowas Nütze sein könnte und haben da Horchposten aufgestellt Richtung Russland. Und so sind die Eskimo Alaskas eigentlich zum ersten Mal in den 1940er Jahren mit der westlichen Zivilisation der Amerikaner in Berührung gekommen, in größerem Umfang. Vorher war das Land, was eigentlich niemand interessiert hat. Und danach wurde da natürlich Öl gefunden und so weiter. Und plötzlich gab es einen Boom, so ähnlich wie beim Goldrausch in den 1890er Jahren, ein Boom nach Alaska. Und wenn man heute dort ist und sich die Nummernschilder auf den Autos anguckt, da steht drauf, Alaska the last frontier. Hier, Alaska die letzte Grenze. Also das hat noch so ein bisschen Wild-West-Charakter. Und wer dorthin fährt, weiß, er ist praktisch am Ende der Welt.